Schon seit über einem Jahr begleitet uns das Schlafsystem von Vanessa Mobilcamping. In diesem Video zeige ich, wie man es in einen VW Touran einbaut. Als erstes klappt man die vier Verzurösen auf und entfernt die obere Schraube. Danach stellt man das Heckteil schräg genau zwischen die Verzurösen in den Kofferraum. Mit den vier beiliegenden Schrauben befestigt man das Heckteil dann an den Verzurösen. Zuerst locker und danach fest. Das Ganze sieht danach so aus. Als letztes kommt das dreiteilige Brett, die Teleskopstangen und die Brücke und natürlich die Matratze ins Auto und schon kann man starten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.